Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen in diesem Dienstag, dem 28.02.2023. Du hörst die Geek Talk Daily 1324. Und heute habe ich die folgenden Themen für dich. Mini Capsule, Mammoth, Nokia, Twitter, Segway, Google, X-Jimmy und Motorola. Ja, nachdem das gestern so arg gestürmt hat, was es heute auch noch tut, aber ich bin einfach nicht mehr zurück ins Büro gekommen. Schon beim Heimlaufen hat es mich fast umgehauen. Deshalb musste leider gestern die Episode ausfallen. Heute bin ich einfach länger im Büro geblieben, habe das Abendessen ausgelassen und deshalb verwundert euch nicht, wenn der Magen jetzt dann irgendwann in das Mikrofon knurrt. Nein, Scherz am Rande, werden wir natürlich zu verhindern wissen. Wir haben Mini Capsule, Realme soll anscheinend die Apple Dynamic Island kopiert haben. Ich bin nicht sicher, ob ich da nicht schon mal darüber gesprochen habe. Jetzt gibt es aber Bilder vom CEO von OneLeaks und auch der CEO von Realme selbst hat bestätigt, dass da was kommt in der neuen C-Serie vom Smartphone. Das soll aber ein bisschen langweiliger sein. Also eine Kopie von Apples Dynamic Island ist ein bisschen, wenn nicht sogar ganz stark übertrieben, denn aktuell weiss man nur, dass da das SuperVOOC Logo der Pille da drin angezeigt wird. Ja, das können andere auch schon. Nicht gerade so, aber sowas ähnliches. Mal schauen, vielleicht kommt noch mehr dazu, wenn sie dann das Gerät vorstellen. Du bist nach wie vor auf Mastodon unterwegs und hast noch nicht den Client gefunden, den du brauchst? Dann kannst du froh sein, denn wöchentlich kommen neue Clients auf den Markt. So ist gerade wieder passiert, letzte Woche in der Testflight-Version, jetzt offiziell für jedermann, eine Mastodon-Client-Software, also eine App für iPad, fürs iPhone und für den Mac. Also es deckt alle drei Plattformen auf der Apple-Seite ab. Ob weitere dazukommen mit Windows und Linux etc. ist mir nicht klar, kann ich mir aber eher nicht vorstellen, denn der Entwickler hat vorher schon eine App für Twitter veröffentlicht, Avery, 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 wie auch immer man das ausspricht, und die gab es auch nur Apple aktuell oder Apple exklusiv, so muss ich sagen. Die App kann einiges, Dinge wie andere noch nicht gönnen und oder erst gerade nachgereicht haben, die Möglichkeiten im Nachhinein zu bearbeiten, mehr spaltige Ansicht, wie man es von TweetDeck zum Beispiel her kannte, wo man dann neben den Erwähnungen, Likes, privaten Nachrichten und dem Stream anzeigen kann, aber auch noch andere Funktionen sind mit drin, die das Ganze ziemlich abrunden. Ich habe mir vor der Sendung es kurz runtergeladen und gesehen, du hast auch GIFs, die unterstützt werden, Umfrage, Bild in Bild, Regentrop und so weiter, sowie du kannst das Ganze per Face-ID oder Touch-ID sperren und es gibt Share-Extensions dazu, auch aus der App heraus. Das sind coole Neuigkeiten, werde ich mir mal anschauen für meinen kleinen Macedon. Immer wieder mal, ich probiere es doch wieder, Experiment. Dann ging heute es durch die Meldungen. Nokia hat, oder bis gerade gestern, ein neues Firmenlogo. Genauer gesagt, am Sonntag haben sie das schon klar gemacht. Über Pressemitteilung ging das Ganze raus. Doch nicht das Smartphone. Nokia hat ein neues Logo bekommen, sondern da die, die eben noch hier geblieben sind. Nicht die, die nach China verkauft wurden, an den HDM Global Verein, ja, Verein, genau, Firma, sondern eben die, die noch in Finnland stationiert sind und die Ausstattung machen für, ja, was sie halt alles machen, diese 4G, 5G Antennen etc. Und also Infrastruktur, so rum, das war das Wort, was ich gesucht habe. Das Nokia, was die Smartphones herstellt, das behält nach wie vor das alte Logo, das man kennt und aus Urzeiten her kennt und bleibt dann halt irgendwie das Grosspapa-Smartphone. Irgendwie hat das so einen kleinen Ruf oder anrüchigen Geschichte. Dann hat Twitter, Mr. Musk, einfach mal so den Slack abgestellt. Anscheinend soll er die Rechnung nicht bezahlt haben. Jetzt bitte nehmt das nicht so viel voll, weil wie immer, wenn was passiert bei Twitter, wird es so rumgereicht. Das sind Behauptungen und oder Gerüchte. Laut The Verge soll es so sein, dass Rechnung nicht bezahlt sein. Man munkelt, dass Elon Musk einfach schauen wollten, ob man hier auch Geld sparen kann, indem man kein Slack nutzt. Da aber viele Mitarbeiter damit viele Meldungen und alles andere mögliche tracken, ist das ein Ding der Unmöglichkeit und wird wahrscheinlich nicht etwas sein, was man abstellen kann und oder eben dann doch. Wir werden sehen, was da passiert. Etliche Mitarbeiter sollen, so zumindest WinFuture, der Meldung nach einfach freigenommen haben für die nächsten Tage, weil sie eh nicht arbeiten können, so ganz ohne Slack. Rund um den MWC herum hat Segway ein neues Gerät vorgestellt. Segway E-Scooter E300 SE, der es mir sehr angetan hat. Was ist das? Ein E-Scooter eben mit E, also mit Akku und nicht mit Benzin, kann bis zu 130 Kilometer weit fahren, also die Reichweite. In 2,89 Sekunden ist er von 0 auf 50 beschleunigt und die Höchstschwindigkeit liegt bei 105 Stundenkilometer. Das ist eine Batteriesteigerung oder die Reichweitenstärkung von 50% auf das Vorgängermodell und da wird es richtig spannend, denn ich könnte, wenn nicht unbedingt das aktuelle Modell, mir vielleicht auch den Vorgänger anschauen. Das würde mir von der Reichweite her längstens genügen, da ich in nächster Zeit wieder mal Richtung Solothurn gehen darf und das teilweise ausserhalb der ÖV-Zeiten. Somit werde ich mir da mal ein bisschen das Ganze genauer anschauen. Dann gibt es auch Neuigkeiten. Auch Google ist natürlich am Mobile World Kongress und die haben Neuigkeiten rund um Android und Wear OS kommuniziert. So zum Beispiel soll die Google Keep App jetzt ein Widget bekommen haben. Wey, etwas, was schon lange überfällig ist. Das Gleiche soll mit Listen auf Wear OS basiert sein, dass da eine Optimierung gekommen ist, plus auch neue Möglichkeiten auf dem Zifferblatt Dinge darzustellen. Dann kann das Teil auch mit PDFs umgehen, mit Anmerkungen, PDFs. Die Google Meet, also die Konferenz-App, die aktuell gültige Konferenz-App muss man dazu sagen, die bekommt eine Funktion, um Hintergrundgeräusche rauszufiltern und auch im Bereich Fastpair soll anscheinend Google fleissig am Arbeiten sein, dass nicht nur Android-Smartphones davon profitieren können, sondern auch Chromebooks, also die Google-Laptop-Geschichten und so weiter und so fort. Da kommen noch weitere Neuigkeiten hinzu, wie zum Beispiel, wenn du über die Google Wallet bezahlst, dass dann da irgendwelche Pinguine über das Display hüpfen. Ja, haben wir darauf gewartet. Und es gibt neue Emoji-Kombinationen. Auch da haben wir natürlich nichts anderes als darauf gewartet. X-Gemi hat den H6 vorgestellt. Auch hier wieder rund um die MWC herum. Ein neuer Beamer, der mehr kann als der Vorgänger. Mehr Power hat, mehr Bild, mehr Auflösung, weniger Strom und halt alles, was bei einem neuen Beamer halt so mit dabei ist. Ich bin ja immer noch am Vorgängertesten und bin sehr gespannt, oder ich weiss, was ich schreiben werde, aber hoffe, dass ich das nächstens dann auch euch mitteilen kann. Auf 4 Meter Distanz bekommst du damit entweder ein 1,5 zu 1 Bild hin oder ein 1,2 auf 1 Bild, wenn man auf 150 Zoll hoch skaliert. Das ist eindrücklich und die ganzen Funktionen und Features, die eben auch schon in den Vorgängen mit drin waren, sind auch hier drin, wie die automatische Kalibrierung, wenn du das Gerät mal ein bisschen verschiebst oder da irgendwas im Weg ist, wie eine Steckdose und so weiter. Also alles Dinge, die sehr, sehr gut gefallen. Wenn euch Beamer generell interessieren, geht mal auf dem Pogipsi.ch-Blog vorbei. Da habe ich schon zwei dieser Beamer vorgestellt und ich bin sehr, sehr angetan von denen. Weiter geht's mit Motorola. Die haben am Mobile World Kongress ein neues Smartphone gezeigt. Wer hätte das gedacht und was kann das? Ja, da kannst du auf Knopfdruck das Display ausrollen und zwar nach oben vergrössern. Du kannst es aber auch nach unten scrollen und dann kommt oben eine Webcam, also eine Front-Face-Cam da hervor und dann kannst du Selfies machen. Da bin ich mal gespannt, wie viele Menschen da jemals warten, bis das ganze Display runtergefahren ist. Aber ja, Technik ist wie immer spannend. Ich würde mir das am liebsten mal in die Finger nehmen und ein bisschen ausprobieren. Schade bin ich dieses Jahr nicht am Mobile World Kongress mit dabei. Aber ja, vielleicht nächstes Jahr wieder. Dann wird alles ein bisschen anders sein, würde ich mal behaupten. Das war's mit den heutigen Neuigkeiten. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen was mitnehmen können. Euch einen schönen und erfolgreichen Tag und wenn ihr mögt, gerne in der nächsten Episode wieder. Bis dann, euer Pogipsi. Tschüss. Hört mehr Geek Talk.